hallo liebe freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute schon das zweite video auf diesem kanal aber ich wollte einfach den heiligabend noch mal nutzen um mich bei euch zu bedanken um noch mal für das ganze jahr 2019 danke zu sagen das ist aber was das wollte ich jetzt nicht in der aluino basics reihe unterbringen diese serie habe ich ja extra auch ganz bewusst aus diesem advents thema so weit wie möglich rausgehalten bis auf das türchen vom adventskalender öffnen ja und deshalb habe ich mir gedacht mache ich auch dafür jetzt noch mal eben ein neues kurzes video auch wenn das jahr 2019 sicher nicht das aktivste war wobei ich das im dezember denke ich wieder aufgeholt habe aber über das jahr verteilt waren doch sehr viele durststrecken und trotzdem denke ich kann man sagen war der kanal smart home yourself im jahr 2019 erfolgreich ja und das liegt eben nicht nur an mir sondern das liegt eben hauptsächlich auch an euch denn ihr schaut die videos ihr liked die videos ihr teilt die videos ja und 2019 habt ihr meine videos sage und schreibe 92.850 mal bisher aufgerufen wir hatten über 5300 stunden wiedergabedauer dieses jahr das sind über 222 tage die meine videos über eure bildschirme gelaufen sind wir haben 741 neue abonnenten auf dem kanal 1513 mal wurden die videos geliked 776 mal bisher geteilt und das sind zahlen die sind sicher für so große youtuber ein witz aber für meinen kleinen kanal muss ich sagen freuen mich diese zahlen einfach riesig und dafür wollte ich mich noch mal bei euch bedanken ja ich hoffe ich konnte euch mit der arduino basics reihe die adventszeit schon ein bisschen versüßen und euch so ein bisschen von dem alltäglichen trubel im dezember fernhalten oder zumindest ablenken das feedback war ja durchweg positiv was mich auch sehr gefreut hat was die ganze arbeit jetzt im dezember auch für mich wesentlich angenehmer gemacht hat zu sehen das kommt wenigstens gut an also die arbeit lohnt sich wenigstens weil es war doch echt stressig ich habe mich da total verschätzt habe gedacht ach komm das machst du mal eben und ja 24 videos ist doch eine harte nummer für einen alleine ja aber es hat ja alles funktioniert und von daher will ich mal nicht meckern ich habe es gern gemacht es hat mir auch großen spaß bereitet aber ich wollte euch trotzdem jetzt dann habe ich abend noch eine kleinigkeit als dankeschön zurückgeben und da ich nicht jedem etwas in die hand drücken kann habe ich gesagt okay ich mache noch zumindest ein kleines gewinnspiel und dafür habe ich mir hier mal vier geräte ausgesucht das heißt wir werden hier nicht nur einen sondern vier glückliche gewinner haben am ende ja fangen wir mal mit dem kleinsten an ich habe hier eine note mcu für alle die nicht wissen was das ist note mcu könnt ihr euch vorstellen wie ein arduino nur mit integriertem wlan es ist kein arduino sondern ein esp aber für die die gar nicht wissen was es stellt euch so vor es ist zu programmieren wie ein arduino hat aber direkt wlan on board dann das nächste wäre ein arduino uno dann habe ich hier noch einen arduino mega und als hauptpreis einen google home mini ja und diese teile würde ich jetzt unter allen abonnenten die hier einen kommentar unter diesem video hinterlassen verlosen sprich ihr müsst eigentlich nichts anderes tun als hier unter diesem video einen kommentar hinterlassen dieser sollte bis zum ende des 12.01.2020 hier drunter geschrieben sein ja am 13.01. werde ich dann die verlosung starten und zwar werde ich dann vier glückliche gewinner per zufall aus den kommentaren wählen also die suche ich auch nicht aus sondern das machen wir wie immer per zufalls generator ja und dann werde ich mich mit den gewinnern in verbindung setzen und denen ihre preise zukommen lassen vielleicht nutzt ihr die gelegenheit wenn ihr am gewinnspiel teilnehmt und gebt mir einfach mal ein bisschen feedback schreibt doch mal was hat euch 2019 gut gefallen was hat euch nicht so gut gefallen was wünscht ihr euch für 2020 vielleicht auch schon ideen für die fortsetzung der arduino basics reihe oder vielleicht eine ganz neue reihe es steht ja jetzt auch erstmal auf dem plan dass wir uns jetzt mal der thematik annehmen wie produziere ich platinen richtig wie designe ich die wie gebe ich die in die fertigung aber das kommt 2020 so viel nur noch mal als ausblick für alle die den stream nicht gesehen haben ja und eigentlich war es das auch schon von meiner seite wie gesagt an euch alle noch mal vielen vielen dank für euren riesen support dieses jahr ich hoffe wir machen 2020 gemeinsam genauso weiter euch wünsche ich jetzt erstmal einen gemütlichen heiligabend eine schöne weihnachtszeit mit freunden und verwandten kommt gut ins neue jahr euch allen einen guten rutsch und wir sehen uns in 2020 wieder und bis dahin sage ich einfach mal bis zum nächsten video ciao